Musik Wir wollten für die Covers der Jahresberichterstattung besondere Leute der CS in besonderen Tätigkeiten fotografieren. Und da sind wir auf das EPFL gekommen und haben gehört von dieser Zukunftsbank und wir waren ein bisschen skeptisch. Und dann bin ich hierher gekommen für das Location Scouting und kam sehr begeistert zurück. Und heute hat sich das wieder gezeigt. Also die jungen Leute hier benutzen tatsächlich diese Bank. Die Leute kommen rein, setzen sich, spielen mit dem Tischfußball, erkundigen sich über Bankangelegenheiten. Das ist eben nicht nur ein Konzept, sondern es funktioniert wirklich. Und das fand ich sehr beeindruckend. Musik Es gab keine Ideen von Banker, sondern es gab eine Vision und Ideen für etwas anderes. Und das ist wirklich ein Konzept, um ein Konzept zu machen. Die Idee war nicht wirklich, dass wir eine Platz in einem Konzept und in einem Konzept, wie das Rolex-Learning-Center, sondern in einem Konzept, wie das Rolex-Learning-Center und eine Klassische Salle. Das ist hier die Idee, die Idee des Laboratorier-Bancaires, Branch of the Future. Und wir haben uns gesagt, dass wir etwas in dem, was wir können und testen neue Technologien für unsere Kunden, aber auch für unsere Mitarbeiterinnen. Die Leute entkommen in der Secursale und nicht sofort wissen, dass sie in einer Bank sind. Wenn wir sie sehen, können sie sich mit ihnen informieren, mit ihnen geholfen, Ich mache sonst Reportagen und Porträts, das heisst sehr authentisch und hier war dieses Konzept gefragt. Wir haben die Leute besucht und sie so in ihrem Umfeld fotografiert, wie sie wirklich sind, ohne Make-up, ohne Assistenten, ohne großes Licht, möglichst im Alltag und das finde ich gerade für eine Bank, für eine Grossbank und für die Titelseite des Geschäftsberichts super cool. Vielen Dank.